Was ist die Geschichte der automatischen Spracherkennung? Wir werden dann beschäftigen mit der Wortfehlerrate als Maß dafür, mit dem man messen kann, wie gut ist so ein Spracherkennungssystem und gehen dann weiter und überlegen uns, wenn wir jetzt dieses elektrische Signal haben, das das Mikrofon gemessen hat, was machen wir jetzt damit, wie verarbeiten wir das, damit wir es dann auch wirklich für Spracherkennung einsetzen können. Also, erstmal die Videos, die nicht funktioniert haben. Das hier waren die Videos nochmal zur stimmhaften Sprache, zur Schwingung der Stimmlippen. Wir erinnern uns, es gibt die Lungen, aus denen wird Luft durch die Luftröhre rausgepresst und dann kommen sie hier bei den sogenannten Stimmlippen vorbei. Und wenn wir dann von oben reingucken, sehen wir, dass diese Stimmlippen durch den Luftstrom, wenn sie entsprechend angespannt sind, durch den Bernoulli-Effekt in Schwingung versetzt werden. Und man sieht hier, diese Stimmlippen, das sind, man nennt die Stimmbänder, die werden halt nicht so richtig parallel zusammengezogen, sondern das sind mehr so Lappen, die von oben nach unten immer zugeklappt werden und aufgeklappt werden. Und so wird aus diesem blauen, kontinuierlichen Luftstrom dieser Zug von Impulsen, in dem durch den Bernoulli-Effekt die Stimmlippen immer zugezogen werden und wieder aufschnappen. Und das Ganze sieht dann so aus, wenn man das mal im echten Menschen macht, dass jetzt eine Stroboskopaufnahme von einem ungefähr 300 Hertz Ton ist. Wenn ich das mich richtig erinnere, ist das sowas wie ein eingestrichenes A. Und da man 300 Hertz halt mit den Augen nicht mehr sehen würde, hat man das halt unter Stroboskoplicht gemacht, damit man an jeden Enden Frame nur sieht. Und so sieht das dann halt aus, praktisch in Zeitlupe, wie diese Stimmlippen auf und zu klappen und wie daraus dann entsprechend dieser 300 Hertz Ton wird, den wir dann wahrnehmen. Dann hatten wir dieses Beispiel mit den Konsonanten. Wir hatten uns ja überlegt, wie wird menschliche Sprache produziert und hatten bei den Konsonanten festgestellt, man braucht Art und Ort der Artikulation. Und eine Art der Artikulation war es, ein Frikativ zu haben, wo die Luft so gerade durch eine enge Spalte entweichen kann oder dagegen den Plosiv, wo der Luftstrom einmal abgeschnitten wird und dann explosionsartig wieder einsetzt und ausgelassen wird. Und wenn man sich jetzt halt einen Frikativ gegenüber einem Plosiv anhört... Nein... Nein... ...wann ich? Die wurden nicht gefunden, so bien... Moment... ... ... ... ... ... Die Audiodateien sind nicht kopiert worden. Dann klingt das einmal so. Das wäre dann mit einem F, das Hoffen. Und wenn man jetzt eben diesen einen Teil, wo das F ist, kurzzeitig auf Null setzt, man also im Signal simuliert, als würde man die Lippen schließen und danach wieder öffnen, dann hören wir da halt entsprechenden PF, diesen PF-Plosiv-Laut anstatt des frikativen F-Lautes. Das sieht halt entsprechend so aus, wenn man das in der Wellenform macht. Aber das ist im Prinzip auch so ein ganz einfaches Beispiel dafür, wie man schon aus dem Signal so ein bisschen ablesen kann, was für Laute das denn zu sein scheint. Hier hat man so diese zufällig wirkende erratische Wellenform, das ist entsprechend der Frikativ und dann logischerweise im Plosiv, wenn man halt den Luftstrom komplett abschneidet, der muss sich irgendwie als so ein Nullbereich im Signal bemerkbar machen. Dann hatten wir noch darüber gesprochen, wie das menschliche Gehör funktioniert und wie Frequenzen unterschiedlich wahrgenommen werden. Und insbesondere, dass das menschliche Hörempfinden durch so psychoakustische Effekte bestimmt wird. Das heißt, unsere Wahrnehmung von Lautstärke und Frequenz entspricht nicht unbedingt den objektiven Messwerten. Also Lautstärke ist nicht gleich Schalldruckpegel, Frequenz ist nicht gleich wahrgenommener Tonhöhe. Und wir hatten dann gesehen, diese Phonskala in Abhängigkeit von Schalldruckpegel und in Abhängigkeit von Frequenz, wie so ungefähr das Höhenempfinden war oder auch das Lautstärkenempfinden. Und hier hat man jetzt als einfaches Beispiel zum Beispiel immer zwei Töne. Einmal eher laut gespielt, einmal ein bisschen leiser gespielt. Und was man hört ist, dass man halt nicht nur einen Unterschied feststellt in der Lautstärke, sondern man auch so leicht das Empfinden hat, dass sich auch die Tonhöhe ein bisschen geändert hat in Abhängigkeit von der Lautstärke. Obwohl es der gleiche Ton ist, meinen wir so ungefähr wahrzunehmen, dass dieser zweite leisere Ton doch in Wirklichkeit ein bisschen tiefer zu sein scheint. Das ist jetzt eher ein relativ einfacher Effekt, der mehr oder minder gut zu hören ist. Dann hatten wir noch drüber gesprochen, wenn man jetzt Töne in seitlicher Folge hört, dann passieren auch interessante Eigenschaften. Das muss ich ein bisschen lauter jetzt machen. Was jetzt passiert ist, dass ich Ihnen einmal Rauschen aufs Ohr legen werde und das Rauschen wird irgendwann aussetzen abrupt. Und in diesem Bereich, wo es abrupt aussetzt, müssen Sie mal vorsichtig reinhören. Das ist immer ein bisschen schwierig, diesen Effekt zu sehen, wenn man halt noch hier so Ventilatoren hat, die Brummen und so weiter und so fort. Das funktioniert am besten, wenn man sich das mal wirklich auf gute Kopfhörer legt. Aber hören Sie mal, versuchen Sie mal zu hören, was passiert oder was Sie hören, sobald das Rauschen aufhört. Der Effekt ist sehr leicht und sehr kurz. Jetzt probieren wir das nochmal. Wie gesagt, das ist so im Raum ein bisschen schwierig zu hören. Das hört man besser, wenn man es über Kopfhörer macht. Aber was da passiert ist, ist das folgende. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, was ist Rauschen überhaupt? Wie würde man Rauschen definieren? Weiß einer, was Rauschen ist, wie man Rauschen ungefähr erkennen kann? Ja? Viele Frequenzen übereinander gelagert. Genau, Rauschen ist im Prinzip viele Frequenzen übereinander gelagert. Und wenn man sich jetzt abtragen würde, hier die Energie und hier die Frequenz, dann würde man so in zufälliger zeitlicher Abfolge im Prinzip, wenn man das über einen gewissen Zeitraum betrachtet, überall hier Frequenzen haben, die halt hintereinander schnell geschaltet zu unterschiedlichen Stärken, unterschiedlichen Frequenzen aktiv sind. Und man würde dann über das gesamte Spektrum hinweg irgendwelche Frequenzanteile im Signal haben. Und jetzt hat man bei diesem Rauschen etwas gemacht. Man hat genau an einer Stelle nichts gemacht. Man hat also das Rauschen produziert, indem man eine einzige Frequenz komplett leer gelassen hat. Und was dann passiert ist, dass die Neuronen überall feuern. Für jede Frequenz überall auf der Cochlea machen sich die Neuronen im Prinzip komplett leer, weil sie ständig überall angerregt werden und ständig feuern wie die Wilden. Und nur für diesen Bereich werden sie so ein bisschen geschont. Und was der Mensch dann so subjektiv wahrnimmt, ist, dass für eine ganz kurze Zeit, sobald das Rauschen aufhört, er meint, dass an dieser Stelle hier ein Ton vorhanden ist, obwohl in Wirklichkeit da kein Ton vorkommt. Was einfach damit zusammenhängt, wie halt die Neuronen massiv entladen werden, wenn so ein Rauschen auf die Gehörschnecke gelegt wird. Und dann, was man auch noch sich anschauen kann, ist, was ist, wenn ich Töne bestimmter Frequenz relativ nah beieinander abspiele. Was man hier jetzt hören wird, ist ein Ton einer Frequenz, danach den Ton einer zweiten Frequenz und dann die Töne dieser beiden Frequenzen, die sehr nah beieinander liegen, gleichzeitig. Also erster Ton, zweiter Ton. Und wenn man jetzt beide Töne gleichzeitig hat, dann hört man dieses Pulsieren plötzlich, obwohl eigentlich nur zwei Töne sehr eng beieinander anliegen. Und dieses Pulsieren, dieses Gefühl, als wäre da ein Ton, der in der Lautstärke immer ansteigt, abfällt, ansteigt, abfällt, das nennt man eine Schwebung. Wenn man jetzt anfängt, diese Töne weiter auseinanderzunehmen, dann fällt diese Schwebung weg, sondern es gibt ein anderes Hörempfinden. Und zwar so, das nennt man dann Raurigkeit. Das klingt einfach sehr unangenehm, als wenn einer da über eine Raspel drüber geht. Man ist aber immer noch nicht in der Lage, diese beiden Töne wirklich gut voneinander zu unterscheiden, dass man da wirklich zwei verschiedene Töne hat, sondern man hat dieses eher unangenehme Gefühl. Und erst, wenn man dann dazu übergeht, dass man diese beiden Töne weit genug voneinander legt, nimmt man sie dann auch als zwei separate Töne wahr. Dann kann man also hören, dass es in diesem Signal offensichtlich zwei verschiedene Töne gibt. Und dann, zu guter Letzt, hatten wir uns noch angeschaut, unterschiedliche Mikrofondypen. Wir hatten gesehen, dass je nach Bauform man unterschiedliche Richtcharakteristiken erzeugen kann. Und je nach Wandlungstyp kann man unterschiedlich gut in die Ferne reinhören. Das hatten wir uns jetzt in der Theorie und an so Skizzen angeschaut. In der Praxis sieht das so aus. Das hier wäre zum Beispiel so ein typisches dynamisches Mikrofon. Da befindet sich hier irgendwo drin der Wandler und die Membran. Und das Ganze ist umgeben von so einem Metallkorb, der halt das Ganze vor physikalischen Einflüssen schützen soll, weil die Mechanik und die Elektronik relativ empfindlich ist. Den kann man mal abschrauben. In diesem Metallkorb drin sieht man dann diesen bereits erwähnten Schaumstoff, der dazu dienen soll, so Atemgeräusche, Windgeräusche, so Angehauchtes rauszunehmen. Und unter diesem Schutzkorb befindet sich die eigentliche Kapsel. Die hat nochmal so einen kleinen Schutz hier drin. Wenn man den dann abmacht, kommt man zum eigentlichen Interessanten. Und was man dann hier sieht, ist, nochmal hinter kleinen Schutzgittern vergraben, innen drin die eigentliche Membran. Und wenn man sich jetzt angucken will, was für eine Bauform ist das, dann sieht man, da oben gibt es so ein Schutzgitter, da kann Luft anströmen. Aber hier hinten auch, hier unten, gibt es auch solche Schutzgitter. Und die dienen einfach dazu, dass die Luft auch von hinten an diese Membran drankommen kann. Sprich, von der Bauform hier haben wir hier also einen Druckgradientenempfänger, der nicht nur von vorne Schall bekommt und dann hinten eine abgeschlossene Kapsel hat, sondern wo der Schall von allen Seiten drauf treffen kann auf die Membran und je nachdem, ob er von vorne kommt, eine relativ gute Empfindlichkeit hat oder wenn er von der Seite kommt, halt überhaupt keine Empfindlichkeit hat. Und hier innen drin, das ist halt schwer zu sehen, das ist halt alles ziemlich stark verbaut, findet sich dann die eigentliche Membran. Und das Ganze selber ist als dynamisches Mikrofon ausgelöst. Das heißt, irgendwo hier innen drin gibt es auch eine kleine Spule und einen kleinen Magnet, über den dann die Membran drauf taucht und dann entsprechend die Spannung induziert. Und das Mikrofon selber braucht dann entsprechend auch eine Stromversorgung, die dann halt mit Batterie entsprechend hergestellt wird. Im Vergleich dazu, zu diesen relativ großen und klobigen dynamischen Mikrofonen, die allein aufgrund ihres Wandlungsprinzips durch diese Spule und den Magneten eine gewisse Größe haben, gibt es dann kleinere Mikrofondypen, jetzt hier zum Beispiel so ein typisches Lappell-Mikrofon. Das ist schon noch ein größerer Vertreter. Das ist so ein Mikrofon, das man sich halt entsprechend irgendwo anklippen würde. Von der Bauform sieht man schon, es gibt da oben Löcher, aber hier unten ist alles zu. Das heißt, das ist also eine geschlossene Bauform mit einer entsprechenden Druckkapsel, kein Druckgradientenempfänger mehr. Und von dem Wandlungsprinzip her, wenn man hinten aufs Typenschild guckt, sieht man halt, dass das halt ein typisches Kondensator-Mikrofon ist. Das heißt, hier drin gibt es dann entsprechend eine Kapsel, eine Membran, die verbunden ist mit einer Kondensatorplatte, die dann hin und her geschwungen wird. Aber da sieht man halt schon gleich, dass nach hinten keine Löcher mehr drin sind. Das heißt, von der Seite her kann jetzt keine Luft mehr die Membran umströmen. Das heißt, man hat keinen Druckgradientenempfänger mehr, sondern dann wirklich einen echten Druckempfänger. Und dann das hier, ist im Prinzip so etwas, wie da oben unter der Decke drin hängt. Das ist ein sogenanntes Grenzflächen-Mikrofon. Ne, da brauche ich einen Imbusschlüssel, sonst kann ich es nicht aufmachen. Das ist auch als Druckkapsel ausgelegt, wo aber jetzt eigentlich erwartet wird, dass da eine Grenzfläche draufkommt. Das heißt, das von dem Ding erwartet man es, dass man hier eigentlich ein Loch bohren würde und dann entsprechend, wie die Dinger in der Decke, das Ding hier in irgendeiner Fläche versenken würde, damit dann Schall entweder die Fläche entlang reisen kann und auftrifft oder auch indirekter Schall, der drauf trifft, dann wegreflektiert wird vom Mikrofon und möglichst dann nicht das Mikrofon trifft. Das wäre so ein typisches Grenzflächen-Mikrofon. Gibt es manchmal auch schon mit Grenzfläche mit dran gebaut, dann sieht man, dann haben die halt irgendwie so eine Plastikscheibe noch mit dabei, wo sie drin stecken oder manchmal gibt es das als so Keile, die man dann flach auf den Tisch legen kann, damit der Tisch dann als Grenzfläche agieren kann. Und wie gesagt, je nachdem, ob ich jetzt einen Druckradienten oder Druckempfänger habe und je nachdem, ob ich ein dynamisches oder ein Kondensator-Mikrofon habe, bekomme ich unterschiedliche Charakteristiken für die Mikrofone geeignet für unterschiedliche Einsätze. Das hier ist jetzt etwas, das wurde gemacht mit einem Sennheiser Nahbesprechungs-Mikrofon, das eine gewisse Nierenricht-Charakteristik hat. Und die Frage ist hier, ob man erkennen kann, in welcher Umgebung diese Aufnahme gemacht wurde. Das erste, was man jetzt hört, ist diese typischen Pop-Geräusche. Man hört, dass diese niedrigen Frequenzen durchs Atmen und durch die Explosivgeräusche sind relativ gut hörbar. Das poppt die ganze Zeit, diese niedrigen Frequenzen sind stark überbetont. Was ist da falsch gelaufen? Pop-Schutz war drauf, aber das Mikrofon war zu sehr im Atemstrom positioniert. Das heißt, man sollte Mikrofone nicht immer so direkt möglichst vom Mund haben, sondern ein bisschen nach hinten, so im Mundwinkel, ein bisschen dahinter, damit man nicht direkt in diesem Atemstrom drin ist. Das ist das Erste, was auffällt. Kann man irgendwas hören, was so im Hintergrund abgeht? Hören kann man nichts. Jetzt ist die Frage, trotzdem geht da was im Hintergrund ab? Und wenn ja, was würde dafür sprechen, dass da irgendwas im Hintergrund passiert? Wenn man sich das anhört, klingt das normal, die Sprache, oder klingt die irgendwie komisch? Wenn man das so hört, das klingt ja schon ein bisschen gedrückt. Also ein bisschen mit Nachdruck, nicht jetzt so entspannt dahergesprochen. Und das ist dieser typische Lombard-Effekt, den wir schon angesprochen hatten. Das heißt, wenn wir Menschen uns in irgendeiner lauten, stark geräuschbehafteten Umgebung befinden, dann verändern wir automatisch die Art und Weise, wie wir sprechen. Und das hört man hier halt schon ein bisschen, dass das Ganze nicht mehr so natürlich klingt, sondern so mit so Nachdruck, dass ich irgendwie versuche, mich gegen irgendwas durchzusetzen. Und das liegt daran, dass ich da in der Tat nicht irgendwo in einem ruhigen Büro sitze, sondern in etwas Lauterem. Die gleiche Aufnahme gibt es dann nochmal, aufgenommen mit so einem billigen Bluetooth-Headset. Das hat dann halt nicht mehr so eine schöne Richtcharakteristik. Das hat dann nur noch keinen dynamischen, sondern einen Kondensatorempfänger. Das heißt, das Ding hier hört leider in deutlich mehr Richtungen. Plus, dadurch, dass es kein dynamisches Mikrofon ist, nimmt es auch den Hintergrund besser auf. Und wenn man sich jetzt den gleichen Satz mit anderem Mikrofon nochmal anhört, kann man vielleicht schon ein bisschen mehr über den Hintergrund erraten. Und da kann man schon hören, offensichtlich ist da irgendwas im Hintergrund. Diese Mikrofone sind trotzdem schon noch verhältnismäßig gut daran, den Hintergrund rauszufiltern, obwohl man merkt, das ist schon deutlich hörbarer jetzt. Hat jemand erkannt, was das für ein Hintergrund ist? So ungefähr. Ja, das Ding ist sogar noch schlimmer als ein Marktplatz. Das war jetzt in der Mensa so gegen ein Uhr zur Hauptessenszeit reingesetzt. Und dafür, dass man ringsherum von schnatternden Menschen umgeben ist, kann selbst dieses billige Mikrofon noch relativ gute Hintergrundgeräusche ausblenden. Aber man merkt schon, wenn man wirklich eine gute Aufnahme will, wo nur die menschliche Sprache draufkommt und der Hintergrund nicht mehr, wenn man da ein bisschen ins Mikrofon investiert und dann ein dynamisches Mikrofon nimmt mit einer guten Charakteristik, kann man schon sehr viel von dem Hintergrundrauschen ausblenden, ohne dass man jetzt irgendwie groß was in der Vorverarbeitung machen müsste. Also sprich, das ist ein häufiger Fehler, dass man versucht, viel in der Vorverarbeitung zu machen und alle möglichen schwierigen Algorithmen anwendet, um Hintergrundrauschen rauszufiltern. Häufig, wenn es um die direkte, konkrete Anwendung geht, reicht es manchmal einfach schon aus, ein besseres Mikrofon zu nehmen. Und viele Probleme, die man hat, werden dadurch gelöst. Schönes Beispiel, Kollegen von uns in Warschau haben mal etwas gemacht für das polnische Parlament, ging darum, so automatisch Transkripte der Reden im polnischen Parlament zu erstellen und die hatten riesige Schwierigkeiten damit, weil die irgendeinen Ton bekommen haben, der war abgemischt aus den Sprechermikrofonen am Podium plus irgendwelchen Raummikrofonen, die halt so die Umgebung mit aufnehmen sollten, damit, wenn man das im Fernsehen guckt, man da halt so den typischen, die Umgebungsgeräusche hat und den Sprecher hört. Und Spracherkennung hat natürlich nicht gut funktioniert, weil man da halt so ein gemischtes Signal hatte mit viel Hintergrundrauschen und anderen Leuten, die gesprochen haben und klatschen und so weiter und so fort. Und die waren alle groß enttäuscht und dann mussten die wirklich, weil halt so Bürokraten Bürokraten sind, da lange auf die einreden, ob es nicht möglich ist, dass man da nicht vielleicht nur an das Podiumsmikrofon kommt. Und da war ein ewiges Hin und Her, bis dann endlich mal einer auf die Idee gekommen ist, einen scheiß Lötkolben in die Hand zu nehmen und da einfach von dem Podiumsmikrofon ein kleines Kabel dran zu löten, während der Hausmeister mal in die andere Richtung geguckt hat. Und siehe da, auf einmal hat es funktioniert und der Spracherkenner hat wunderbar funktioniert, weil man halt nur noch das Podiumsmikrofon hatte und den ganzen Hintergrund gut ausblenden konnte. Das heißt auch daran, wenn man hinterher Spracherkennungssoftware wirklich anwenden möchte, muss man halt ein bisschen dran denken und auch ein bisschen meistens mit den Anwendern und den Leuten kämpfen, dass man da auch die Aufnahme-Hardware so hinbekommt, wie man das gerne hätte. Aber es lohnt sich in der Regel. Was wir uns jetzt kurz nur so interessenhalber mal anschauen wollen, ist so ein bisschen was zur Geschichte der automatischen Spracherkennung. Wenn man jetzt so raten müsste, seit wann gibt es ungefähr automatische Spracherkennung? Was wären so, klingt nach einem plausiblen Datum, wenn man das erste Spracherkennungssystem bekommen hat. Wer bietet was? Vorschläge? Das erste Gebot. 1974. Warum 1974 so ungefähr? Ja, also Vorhandensein vom Computer scheinen schon mal wichtige Voraussetzungen zu sein. Wer bietet weniger? 1955. Weil gab auch schon Computer. Okay. Die Antwort darauf ist natürlich ein bisschen komplizierter plus deutlich früher, als man denkt. Man muss sich ein bisschen von der Vorstellung lösen, man braucht unbedingt einen Computer, um unbedingt Spracherkennung zu betreiben. Wenn man populistisch wäre, würde man sagen, naja, gab es ja schon im Mittelalter. Sesam öffne dich, war offensichtlich sprachgesteuertes Tresor. Aber es gab auch schon, bevor es Digitalrechner gab, erste Ansätze dafür, um Spracherkennung zu betreiben. Und ich habe schon wieder vergessen, ich war jetzt drüben an der CMO und da hängt ein schöner Artikel an der Wand. Und ich habe wieder vergessen, den zu fotografieren. Aus dem Scientific American von 1920er Jahre. Und da gab es schon jemanden, der das versucht hat, eine automatische Schreibmaschine zu machen, mithilfe mechanischer Mittel. Der also versucht hat, eine mechanische Frequenzanalyse zu machen und daraus dann abzuleiten, welche Laute da erkannt werden. Aber selbst dann, wenn man jetzt mal Sachen macht, die ein bisschen besser funktioniert haben, gab es schon erste Ansätze. Zum Beispiel 1922 gab es ein Spielzeug, das mit Sprache gesteuert wurde. Es konnte genau ein Wort erkennen und dann entsprechend was auslösen. Der umgekehrte Weg. Sprachsynthese war deutlich einfacher und war schon im 19. Jahrhundert erfolgt. Es gab dann im 19. Jahrhundert schon eine erste Maschine, mit der Sprache synthetisiert werden konnte auf mechanische Art und Weise. Und dann ging die Entwicklung halt weiter. Während des Zweiten Weltkrieges war besonders Interesse daran, natürlich Sprache zu kodieren und zu dekodieren. Da gab es den sogenannten Voice Coder, den Vocoder. Der es dann schaffte, zum einen Sprache für die Übertragung stark zu komprimieren und zum anderen, weil er die Sprache mit Filterbänken komprimiert hatte, war es auch einfach, die Sprache zu schiffrieren, zu verschlüsseln und dann verschlüsselt zu übertragen. Und dann ging es halt entsprechend weiter. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu besseren, brauchbareren Spracherkennern war die schnelle Foyer-Transformation von Kuli und Taki in den 60er-Jahren, Mitte der 60er-Jahre. Jetzt die wichtige Frage, war die dran im Studium? War die schnelle Foyer-Transformation irgendwo im Grundstudium behandelt worden? Ja? Ja? Bei wem nicht? In welcher Vorlesung war das denn? Okay, das ist kein Grundstudium, das ist schon, ja, Bachelor, ja, aber das ist keine Pflichtvorlesung gewesen. Okay, bei den Elektrotechnikern, ja, das ist leider aus irgendeinem Grund rausgeflogen aus diesen Informatikpflichtvorlesungen. Das ist ein sehr wichtiger Algorithmus, der zur Berechnung einer schnellen Foyer-Transformation dient, sprich, den werde ich wohl oder übel vorbereiten müssen und hier kurz präsentieren, wie der ungefähr funktioniert. Aber das war, was der schlicht und einfach macht, ist, dass er auf sehr schnelle Art und Weise eine diskrete Foyer-Transformation berechnen kann. Und basierend auf solchen Ergebnissen konnte man dann erste Spracherkennung für großes Vokabular machen. Da gibt es einen Algorithmus, den sogenannten Dynamic Time Warping, der nach wie vor eigentlich interessant ist, wenn man Spracherkennung für ganz kleine Domänen auf sehr kleinen Geräten mit wenig Rechenkraft machen möchte. Und dieser Algorithmus ist insofern interessant, weil er ein bisschen eine kleine Anekdote aus der Zeit des Kalten Krieges ist. Der wurde 1968 vom ukrainischen Forscher Winczuk erfunden. Und irgendwann eine Zeit später wurde der auch separat nochmal in den USA erfunden, weil in den USA wusste man halt nicht, was in der Sowjetunion geforscht wurde. Das wurde halt unter Verschluss gehalten. Die hatten das nicht mitbekommen und dachten, sie hätten hier einen tollen Algorithmus gefunden. Und nachdem dann der eiserne Vorhang fiel, hatte man dann festgestellt, ups, das gab es vorher schon und musste da ein bisschen die Geschichte revidieren. Also doch der Herr Winczuk derjenige war, der dieses Dynamic Time Warping erfunden hatte. Der hat, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, der hat bis vor kurzem noch gelebt, hat der Ukraine nie den Rücken gekehrt, sondern ist auch nach dem Fall des eisernen Vorhangs dort geblieben. Den hat man Positionen im Westen angeboten. Er wollte da aber nicht hin, war dann aber am Ende nicht ganz so glücklich, da geblieben zu weinen. Ich habe ihn mal kennengelernt auf einer Konferenz in St. Petersburg. Da hat er sich dann doch bitter über die Fundingsituationen beklagt für sein Labor. Und sein größtes Problem war, dass er Schwierigkeiten hatte, Nachwuchs zu finden, weil seine Studenten, die dann irgendwo als Programmierer gearbeitet haben, haben dann immer das Zigfache von dem verdient, was er als Universitätsprofessor verdient hatte. Dann wurde dieses DTW konzeptionell erweitert um sogenannte statistische Modelle. Und das ist, wo dann die Hin-Markov-Modelle mit ins Spiel kommen, die nach wie vor immer noch wichtige Grundlage sind der automatischen Spracherkennungssysteme. Und da war mit eines der ersten Systeme, die das implementiert haben und die mit HMMs gearbeitet haben, dieses HP-Modell. Und seitdem ging es halt immer weiter mit diesen Hin-Markov-Modellen. Es wurden die Modelle verbessert, die Spracherkennungssysteme wurden größer, schneller, Vokabular wurde vergrößert, die Art der Sprache wurde immer flexibler, immer natürlicher. 1992 gab es dann zum ersten Mal kommerziell ein Diktiersystem, das Dragon Dictate, kommerziell verfügbar, war noch ein sprecherabhängiges System. Irgendwann wurden die Systeme sprecherunabhängig. Irgendwann gab es dann ganz große Spracherkennungssysteme, die ganz große Vokabularien und mehr als nur die Diktierdomäne abdecken konnten. Dann ging es dazu über, dass man das kombiniert hat zu Sprachübersetzungssystemen. Und seitdem gab es immer ganz viele Projekte, die Sprachübersetzung und Spracherkennung für großes Vokabular gemacht haben und die Situationen und die Domänen, in denen sie eingesetzt wurden, immer komplizierter und größer machten. So sah jetzt dieser erste Sprachsynthetisierer aus. Wurde in Großbritannien gebaut. Und das Ganze ist im Großen und Ganzen so etwas wie ein mechanischer Nachbau des menschlichen Vokaltraktes. Man hat da oben einen Blasebalk. Das ist letztendlich die Lunge. Dann hatte man hier so etwas wie mechanische Stimmlippen und dann einen Vokaltrakt, die man entsprechend konfigurieren konnte und hatte dann so etwas wie eine mechanische Zunge und mechanische Lippen, die man entsprechend einstellen konnte und so dann die menschliche Sprache produzieren konnte, einfach den mechanischen Ablauf des menschlichen Artikulationssystems nachbilden konnte. Und das Ganze wurde halt über so eine Art Tastatur und Fußpedale gesteuert, um halt den Vokaltrakt entsprechend einzustellen. Und das Ganze war damals ein riesen toller Hit. Also man konnte mit dem Ding sprechen, man konnte mit dem Ding singen. Das ist die, da am Klavier sozusagen, ist die Frau von dem Herrn Faber. Die war da sehr geschult drin und sehr talentiert drin, diesen Sprachsynthesizer zu bedienen und zu spielen. Und das war für die damalige Zeit so eine faszinierende Sache, dass eine Maschine jetzt sprechen konnte, dass die wirklich teilweise riesengroße Konzerte, die ausverkauft waren, gegeben haben mit dem Ding. Das war dann Abendunterhaltung, dass man abendlang zusehen konnte, wie diese Maschine menschliche Sprache produzieren konnte. Dann hatten wir dieses von diesem sprachgesteuerten Spielzeug gehört. Das war der Radio Wax. Ich habe mal das Ding sogar in Aktion gesehen. Es gibt da eine Forscherin, die hat sich so zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen ein Museum der Spracherkennungstechnologie aufzuziehen und die hatte noch so ein Original Radio Wax von damals. Was das Ding ist im Prinzip, man hat eine Hundehütte, hat da den Hund drin, der heißt Wax. Man hat ihn dann Radio Wax genannt. Die Frage, warum Radio, war so die Zeit, wo Funkwellen aufkamen und Radio und so weiter, das Radio klang einfach cool. Das war irgendwie so das hippe Wort von damals. Und damit er halt cool klingt, hieß er halt Radio Wax. Und was man machen konnte, der setzte halt in seiner Hundehütte und wenn man Wax gerufen hat, dann kam er halt aus seiner Hundehütte da rausgeschossen. Und das hat man halt entsprechend so gemacht, der sitzt auf einer Feder, wird hinten mithilfe eines Elektromagneten zurückgehalten. Der Elektromagnet wird dann irgendwann der Schaltkreis unterbrochen, und dann saust der Hund raus. Und man hatte dann im Prinzip eine mechanische Filterbank, die besonders auf einen Frequenzbereich, auf diesen 500 Hertz Bereich ansprang. Wenn also besonders bei so um die 500 Hertz viel Energie im Schall war, dann wurde halt der Hund da rausgelassen. Und diese 500 Hertz, das liegt einfach daran, dass der Vokal im Wort Wax gerade an der, so bei circa bei 500 Hertz eine Spitze im Frequenzspektrum hat. Aber es ist also relativ einfach, aber immerhin im Prinzip ein einfacher Vokalerkenner, der das E erkennt und dann halt den Hund da rauslaufen lässt. Dann dieser Vokoder war wie gesagt ein Analyse-Synthese-System. Man hat menschliche Sprache analysiert, in diskrete Symbole zerlegt, komprimiert, verschlüsselt und dann auf der Gegenseite wieder synthetisiert, wiederhergestellt. Und das Ganze ging mit Hilfe mechanischer Filterbänke, die letztendlich nichts anderes gemacht haben, als dass sie dem Spektrum über die Zeit hinweg gefolgt sind mithilfe in verschiedenen diskreten Filterbänken. Und man hatte dann für diese diskreten verschiedenen Filterbänke, Frequenzbereich wurde in N-Filterbänke aufgelöst, jeweils immer ein Wert, der über die Zeit hinweg sich verändert hat. Dadurch hatte man diese diskreten Parameter, die man dann komprimieren und verschlüsseln konnte. Und auf der Gegenseite hatte man entsprechend wieder Filterbänke, die so eine Frequenz auf ein Trägersignal drauf modelliert haben. Und als Trägersignal hat man einfach ein Rausch-Signal genommen und darauf dann diese Frequenzen, wie die Analyse es vorgegeben hat, wieder drauf modelliert. Und das war halt beim Militär relativ beliebt, weil man halt damit Sprache verschlüsseln konnte. Und dann zum Schluss nochmal dieses HPI-Projekt. Das war das erste Projekt, wo wirklich mit Hidden Markov-Modellen Spracherkennung für kontinuierliche Sprache gemacht wurde. Es hatte eine gewisse Anforderung. Es gab ein Projekt der Defense Advanced Research Project Agency, das SERP-Projekt, Speed Recognition and Understanding oder sowas, glaube ich. Die hatten bestimmte angeschrebte Ziele. Sie wollten zusammenhängende Sprache erkennen, also nicht mehr einzelne Wörter, sondern kontinuierliche Sprache. Das konnte dieses System. Dann wollten sie, dass möglichst viele Sprecher das System verwenden konnten. Na gut, das System konnte fünf, immerhin. Man sollte sich möglichst wenig adaptieren auf die Sprecher. Das ging halt mit 20 Sätzen. Man wollte ein tausend Wörter Vokabular haben. Mit tausend elf Wörtern ging das. Allerdings noch eine künstliche Grammatik. Das heißt keine natürliche Sprache, sondern eine künstliche Sprache. Das Projekt konnte das und hatte jetzt eine Perplexität von 33, diese Grammatik. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das, Perplexität 33? Das wird man dann bei der Sprachmodellierung noch genauer kennenlernen. Aber im Prinzip bedeutet das, so eine Grammatik oder eine Sprache hat eine Perplexität von 33, wenn ich mich nach jedem Wort im Schnitt unter 33 möglichen Folgewörtern entscheiden muss. Das heißt, nach jedem Wort gibt es so im Schnitt ungefähr 33 gleichwahrscheinliche Nachfolgewörter, zwischen denen ich diskriminieren muss. Das Ganze sollte weniger als 10% Fehler machen, hat es auch erreicht. Und es sollte nur ein paar Mal Echtzeit auf einer 100-Mips-Maschine laufen. Und gut, eine 100-Mips-Maschine hatten die jetzt nicht. Die hatten eine 4-Mips-Maschine und da hat es einen Echtzeitfaktor von 8 gehabt. Das heißt, wenn man jetzt eine 100-Mips-Maschine hätte, wäre es ungefähr ein paar Mal Echtzeit gelaufen. Also auch erreicht. Jetzt aus der Tabelle ergibt sich schon eine gute Frage. Man hat gesagt, das System soll weniger als 10% Fehler machen. Was heißt das denn? Ein Spracherkennungssystem macht so und so viel Prozent Fehler. Und um angeben zu können, um messen zu können, wie viele Fehler ein Spracherkennungssystem macht, verwendet man die sogenannte Wortfehlerrate. Die Idee dahinter ist, menschliche Sprache, was hätte erkannt werden sollen, ist bei menschlicher Sprache eindeutig. Wenn ich also einen Satz höre, dann kann ich als Mensch niederschreiben, was hat der Mensch gesagt. Und das ist das, was auch die Maschine hätte erkennen sollen. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber anderen Aufgaben, wie zum Beispiel maschinelle Übersetzung. Bei maschineller Übersetzung habe ich für einen Eingabesatz nicht eine eindeutige Übersetzung. Es gibt viele verschiedene mögliche Übersetzungen. Deswegen ist es schwierig, da automatisch zu messen, wie gut jetzt eine maschinelle Übersetzung wäre. Beim Spracherkennung haben wir dieses grundlegende Problem nicht. Zu jeder Aufnahme gibt es eine eindeutige Wortsequenz, die gesagt wurde und das hätte erkannt werden sollen. Und was man jetzt macht, ist, dass man diese menschlich erstellte Referenz von dem, was hätte erkannt werden sollen, dem, was der Spracherkenner direkt erkannt hat, gegenüberstellt. Und das, was der Spracherkenner erkannt hat, das nennt man die Hypothese des Spracherkenners. Das ist das, von dem er denkt, was gesagt wurde. Und wenn man jetzt AS-H-Hypothese und menschliche Referenz gegenüberstellt, dann berechnet man zwischen diesen beiden Wortfolgen die minimale Editierdistanz, die man braucht, um die eine Wortfolge in die andere Wortfolge überführen zu können. Und bei der minimalen Editierdistanz überführt man eine Wortfolge in eine andere Wortfolge, indem man drei verschiedene Operatoren anwenden kann. In Wirklichkeit sind es vier, der vierte Operator ist ein Wir-Machen-Nichts-Operator. Man kann entweder zwei Wörter, wenn sie gleich sind, so stehen lassen. Oder man kann ein Wort löschen, eine Deletion. Man kann ein zusätzliches Wort einfügen. Oder man kann zwei Wörter, die nicht übereinstimmen, miteinander ersetzen. Und dann kann man halt auf so eine Wortfolge diese Operatoren anwenden, immer der Reihe nach, so lange, bis er in die andere Wortfolge überführt wurde. Und dann zählt man einfach, wie viele Deletions, wie viele Insertions, wie viele Substitution gab es. Und vergleicht das mit der Anzahl der Wörter in der Referenz. Und das ergibt mir meine Wortfehlerrate. Die Word Error Rate. Das gegenteilige Maß zur Wortfehlerrate gibt es manchmal noch die Wort Akkuratheit. Das ist dann entsprechend 100% Minus Wortfehlerrate. Jetzt ist die Frage, wie berechnet man diese minimale Editierdistanz? Wenn ich das richtig verstanden habe, minimale Editierdistanz wird in der Informatik-Algorithmik-Vorlesung nicht mehr gemacht, oder? Hattet ihr? Nein, minimale Editierdistanz wird nicht mehr gemacht aus irgendeinem Grund. Die minimale Editierdistanz nennt man auch Levenstein-Distanz. Und wie gesagt, es dient dazu, um eine Symbolkette in eine andere Symbolkette zu überführen, indem man halt diese Operatoren anwendet, Wort einfügen oder Symbol einfügen, Symbol löschen und Symbole miteinander ersetzen. Und da sucht man jetzt unter allen möglichen Operationsfolgen diejenige mit der geringsten Anzahl an Operationen. Und das Ganze gibt einem eine Distanz vor, die minimale Editierdistanz. Man kann auch zeigen, dass das Ganze eine Metrik ist im Raum aller möglichen Symbolfolgen. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich das jetzt finden? Wie kann ich unter allen möglichen Operationssequenzen, die ich anwenden kann, um so zwei Symbolketten zu überführen, wie kann ich die finden mit der geringsten Anzahl an Operatoren? Und das Ganze geht schön mit Hilfe von dynamischem Programmieren. Kann man schön an einem einfachen Beispiel sehen. Wir nehmen uns einfach zwei Wort- oder Symbolfolgen her. Ich möchte jetzt die untere Symbolfolge in die obere Symbolfolge überführen, mit Hilfe dieser drei Operatoren. Und mich interessiert, welche ist die kürzeste Folge? Und das Ganze kann man relativ schön rekursiv sich hinschreiben. Um es einfach zu machen, macht man sich in der Regel noch ein Hilfssymbol. So eine Art Wortanfangs- oder Wortstaatssymbol, das bei allen Wortketten gleich ist. Und um dieses Symbol in das andere Symbol zu überführen, brauche ich nichts zu machen. Das ist ein Match, brauche ich keine Operation. Und dann kann ich jetzt hier diese Felder der Matrix anfangen auszufüllen. Und um von einem Feld zu einem anderen Feld zu kommen, entspricht das Ganze jeweils immer eine Operation. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier waagerecht gehe und ich überführe diese Wortfolge in diese Wortfolge. Wenn ich hier waagerecht gehe, dann brauche ich so ein Symbol auf. Sprich, wenn ich diesen Schritt mache, dann habe ich dieses Symbol aufgebraucht, bin ich hier aber nochmal im Epsilon-Symbol. Das heißt, durch so einen waagerechten Schritt habe ich dieses A gelöscht. Eine Löschung kostet mich eine Operation, habe ich eine Operation gemacht. Gehe ich immer weiter, lösche ich entsprechend immer weiter. Kommen immer mehr Lösche-Operationen hinzu. Habe am Ende fünf Lösch-Operationen gemacht, habe die gesamte Symbolkette aufgebraucht und habe hier noch rein gar nichts von der eigentlichen Ziel-Symbolkette ausgegeben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier unten in der Zelle bin, dann bin ich offensichtlich mit meinem Algorithmus noch nicht fertig. Da werde ich noch was machen müssen. Genauso, wenn ich in die Richtung gehe. Wenn ich so einen Schritt mache, von dem Epsilon zu dem A, dann habe ich von dieser Symbolkette noch nichts aufgebraucht, habe aber hier schon mal ein A generiert. Das ist dann eine Einfügung. Kostet mich wieder einen Schritt. Fünf Einfüge-Schritte gemacht. Ich habe die Ausgabe erzeugt, aber ich habe meine Eingabe noch nicht aufgebraucht. Sprich, ich habe bisher die ganzen Symbole ausgegeben, aber diese Symbole noch nicht leer gemacht. Das heißt, da oben ist auch noch nicht mein Ende. Mein Ende ist immer in der oben gegenüberliegenden Zelle. Was ich machen möchte, ist, ich möchte ja dieses Ding in das da überführen. Das heißt, alle Symbole hier müssen aufgebraucht werden und alle Symbole hier müssen ausgegeben werden. Mache ich so einen diagonalen Schritt, dann bilde ich die Symbole in der jeweiligen Zelle aufeinander ab. Hier habe ich ein A und hier habe ich ein A. Das heißt, die beiden Dinger stimmen überein, braucht nichts zu machen, kommt eine schöne Null raus. Würde ich diesen Schritt machen, dann bilde ich das C auf das B ab. Sprich, ich muss hier das B mit dem C ersetzen und entsprechend hätte ich eine Operation. Und was ich jetzt suche, ist ein Pfad durch diese Matrix, sodass ich hinterher möglichst wenig Operationen durchgeführt habe. Und da kann man sich ja überlegen, angenommen, ich will hier oben die Zelle ausfüllen. Das ist ja das, wo ich hin will. Ich will hier wissen, was ist die geringste Anzahl an Operationen, die ich brauche, um oben in diese Zelle reingehen zu können. Das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, um in diese Zelle zu kommen, kann ich von drei verschiedenen Richtungen kommen. Das sind die einzelnen Operationen, die zulässig sind. Ich kann entweder etwas einfügen, ich kann etwas löschen oder ich kann etwas ersetzen. Angenommen, ich hätte in diese Zellen alle reingeschrieben, was ist die minimale Anzahl an Operationen, die ich brauche, um in sie zu kommen. Dann ist logischerweise die minimale Anzahl an Operationen, um in diese hier reinzukommen, das Minimum aus den Zellen plus die Kosten für die jeweilige Operation. Für diese jeweilige Operation ist immer Kosten eins. Für diese Operation hängt es davon ab. Steht da zweimal dasselbe Symbol oder stehen da zwei unterschiedliche Symbole? Und so kann ich das immer schön zurück, zurück, zurück rechnen und kann dann Spalte für Spalte diese Matrix ausfüllen. Wenn ich also diese Zelle ausfüllen kann, ich kann von hier kommen, ich kann von da kommen, ich kann von da kommen. Das ist eins plus eins, der Weg würde mich also zwei kosten. Von hier unten wäre eins plus eins, der Weg würde mich zwei kosten. Von hier unten wäre es null plus, Symbolstimme war ein, null. Das heißt, wenn ich von hier unten komme, kostet mich das null Schritte. Ist also an der Stelle der kürzeste Weg. Dann die Zelle. Ich kann von links kommen, wäre zwei plus eins, wäre drei. Ich kann von unten kommen, wäre null plus eins, entspricht also zwei. Oder ich kann von hier nach da gehen. Das wäre eins plus a und c sind ungleich. Also eins plus eins wäre auch zwei. Das heißt, der kleinste Wert, der hier drin stehen kann, wäre eins. Ich komme von der Null und gehe nach oben. Und so geht es weiter. Ich kann das Ding anfüllen, kann entweder von links kommen, wäre vier. Ich kann von unten kommen, wäre Kosten zwei. Ich kann von hier kommen, wäre Kosten drei. Das heißt, Kosten zwei wäre das Minimum. Und so auf die Art und Weise fülle ich halt die gesamten Spalten aus, bis ich hier oben angekommen bin. Und kann dann anhand der blauen Zeiger, wenn ich sie mir merke, wo ich hergekommen bin, nicht nur wissen, was ist die minimale Anzahl an Editierschritten, die ich machen muss, um das eine in das andere zu überführen, sondern auch noch, welchen Weg bin ich gekommen. Offensichtlich hat dieser Algorithmus quadratischen Aufwand, weil ich muss N mal M, also Länge einer Symbolsequenz mal Länge anderer Symbolsequenz, Zellen ausfüllen. Plus für jede Zelle muss ich eine konstante Anzahl an Operationen durchführen, weil ich halt immer aus drei verschiedenen Richtungen kommen kann und muss alle drei Operationen einmal ausführen, damit ich hinterher weiß, welches war das Minimum, das bei rauskommt. Sodass ich dann Aufwand O von N mal M habe. Einfaches Beispiel, wenn man das Ganze auf Wörter macht, wenn man sowas hat wie Hallo Herr Freitag, wie geht es Ihnen, Hallo Frau Freitag und wie geht es, wenn man da halt den Algorithmus drauf loslassen würde, würde man halt dazu kommen, dass man hier einmal Herr und Frau miteinander ersetzen muss, an einer Stelle das Wort und einfügen muss und hier hinten das ganz an letzter Stelle das Wort Ihnen auslassen muss. Dann hat man eine Ersetzung, eine Einfügung, eine Auslassung, ergibt drei Fehler. In der Referenz gibt es insgesamt sieben Wörter, hat man eine Wortfehlerrate von drei Siebteln mitbekommen. Die Wortfehlerrate hat so ein paar Eigenschaften. Das ist die Frage, kann die Wortfehlerrate größer als 100% sein? Warum? Genau, also wenn ich ganz, ganz, angenommen die Referenz ist zwei Worte lang, ich gebe 100 Mal das Wort, irgendein Wort aus, da muss ich mindestens 98 Wörter löschen, damit ich wieder auf meine zwei Wörter runterkomme. Das heißt, ich kann sehr, sehr große Wortfehlerraten produzieren. Kann die Wortfehlerrate negativ werden? Warum nicht? Genau, Identitätsdistanz ist minimal 0. Im idealen Fall wird alles aufeinander abgebildet, hat oben im C eine 0 stehen, also keine negative Wortfehlerrate. Dann ist dieser Weg eindeutig durch die Matrix oder kann die Wortfehlerrate mit unterschiedlichen Zusammensetzungen aus Einfügungen, Auslassungen und Ersetzungen entstehen? Die Wortfehlerrate ist im Allgemeinen nicht eindeutig. Es kann durchaus sein, dass es unterschiedliche Wege durch diese Matrix gibt, die oben in der rechten oberen Ecke immer mit dem gleichen Wert rauskommen. Ein ganz einfaches Beispiel, was man sich vorstellen kann, ist, wenn man bei der Erkennung zwei Wörter miteinander vertauscht in der Reihenfolge. Dann kann man entweder eine Substitution, eine Insertion und eine Deletion machen oder man kann es umgekehrt machen. Das heißt also, die Zusammensetzung ist nicht immer eindeutig. Wir hatten jetzt schon gesagt, mit der Wortfehlerrate haben wir ein sehr schönes, automatisch berechenbares, objektives Maß für die Güte eines Spracherkennungssystems. Aber die Wortfehlerrate hat auch ein paar Nachteile. Ein Nachteil zum Beispiel ist, dass die Strafe, wenn ich zwei Wörter miteinander verwechselt habe, immer gleich sind. Ob ich jetzt das Wort Haus und Maus miteinander verwechsel oder das Wort Haus und Tür, gibt es immer die gleiche Strafe. Obwohl man sagen würde, ein Spracherkenner, der Haus und Maus verwechselt, ist immer noch besser als einer, der Haus und Tür miteinander verwechselt. Da ist eine einfache Möglichkeit, dass man zum Beispiel sich zurückzieht, dann auf Zeichenfehlerrate. Dass man dann die Symbole nicht auf Wortebene definiert, sondern auf Buchstabenebene und damit dann zum Beispiel berechnet, wie die Fehlerrate ist. Oder dass man sich auf Lautebene zurückzieht. Dass man also erst die Wörter, die Erkannten und die Referenzwörter umwandelt, in wie werden sie ausgesprochen, was ist die korrekte Phonemfolge, und dann zum Beispiel die Fehlerrate auf der Phonemebene erkennt. Dann schreiben nicht alle Sprachen mit Wörtern. Oder nicht alle Sprachen oder alle Schriften sind automatisch segmentiert in Wörter. Zum Beispiel die chinesische Schrift, das Hanse, kommt ohne Leerzeichen zwischen Wörtern aus. Dann macht es das Ganze natürlich schwierig, die Wortfehlerrate zu berechnen. Insbesondere, wenn man dann noch bedenkt, dass auch ein chinesischer Satz nicht eindeutig segmentiert werden kann in Wörter. Unterschiedliche Menschen würden diese Segmentierung in Wörter je nachdem unter Umständen unterschiedlich machen. Da hat man dann ein Problem, da muss man entweder sich auf eine Segmentierung einigen, man bräuchte eventuell einen automatischen Segmentierer, dass man das nicht per Hand machen muss, sonst wird es nämlich aufwendig. Oder die andere Möglichkeit ist, dass man sich dann auch zum Beispiel im Chinesischen wieder auf die Zeichenfehlerrate zurückzieht. Und dann kommt es noch zu einem Problem bei der Wortfehlerrate, wenn ich wissen will, wie gut ist ein Spracherkennungssystem für bestimmte Aufgaben geeignet. Wenn ich jetzt ein Diktatsystem habe für Geschäftsbriefe, ist im Großen und Ganzen die Wortfehlerrate schon ein ganz brauchbares Maß. Aber es kann trotzdem sein, dass ein kleiner Fehler in der Spracherkennungsausgabe, zum Beispiel so ein kleines vergessenes Nicht, zu sehr katastrophalen Fehlern in der Anwendung führen kann. Beispiel medizinische Anwendung. Wenn da ein kleines Wort an der falschen Stelle eingefügt wird oder an der falschen Stelle ausgelassen wird, kann das dafür zuführen, dass der Patient am Ende sterben wird. Er wird nach Allergien gefragt oder Medikamentenunverträglichkeiten etc. Und wenn da nur Kleinigkeit noch schief geht, wird damit unter Umständen die Bedeutung der Sätze komplett umgedreht. Und dadurch kann hinterher in der eigentlichen Anwendung sehr großer Schaden angerichtet werden. Das heißt, auch für sowas kann man dann Wortfehlerrate als solches nicht direkt verwenden. Wenn man sich solche Fragen stellt, ob, was ist der Fehler, der in der Anwendung dadurch ausgelöst wird, versus, wie groß ist der Fehler der isoliert betrachteten Spracherkennungskomponente, spricht man häufig auch von extrinsischen und intrinsischen Evaluationen. Die intrinsische Evaluation, manchmal auch Komponentenevaluation bezeichnet, betrachtet nur, was ist denn jetzt die Leistung dieses einzelnen Spracherkennungssystems, dieses einzelnen Übersetzungssystems, wie gut ist die Leistung dieser einzelnen Komponente. Bei der extrinsischen fragt man sich dann, wie gut arbeitet denn die Anwendung, wie gut erfüllt sie ihren Zweck, wie gut dient sie dem Nutzer und führt zu guten zum Beispiel Benutzererfahrungen. Wie gesagt, wir hatten schon gesagt, ach so, ups, die ist Dortmund. Um mal zum Gefühl dafür zu bekommen, was sind so Wortfehlerraten, die man so erwarten kann, gibt es hier eine historische Tabelle. Das ist so die Zusammenfassungen von Evaluationen im Bereich der automatischen Spracherkennung über viele Jahre hinweg. Diese Evaluationen wurden durchgeführt in sogenannten DARPA-Projekten. Das ist die Förderungsorganisation des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Die fördern sehr viel Forschung in den USA und haben auch traditionell sehr viel Forschung im Bereich der Sprachverarbeitung unterstützt. Und die wollen halt immer wissen, wie gut sind denn die Systeme, die aus den Projekten rauskommen und haben dann entsprechend zusammen mit dem National Institute of Standardization and Technology, sowas ein bisschen wie die DIN-Behörde der USA, solche Evaluationen durchgeführt. Und da hat man jetzt hier mal so über die Jahre hinweg aufgetragen für unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Erkennungsaufgaben, was waren denn das so für Wortfehlerraten. Und man hat das Ganze dann noch auf einer logarithmischen Skala aufgetragen, weil halt die Wortfehlerraten im Laufe der Zeit immer geringer wurden. Ganz am Anfang hatte man angefangen so mit gelesener Sprache, das sind diese schwarzen Linien mit unterschiedlichen Vokabulargrößen. Also ganz am Anfang, Ende der 80er Jahre, wollte man so 1000 Worte erkennen können, so wie diesem SIR-Projekt gelesener Sprache und hat dann Wortfehlerraten gemessen und hat gesehen, am Anfang war man bei sowas wie 30 Prozent Wortfehlerrate und dann wurde dran gearbeitet, dran gearbeitet, dran gearbeitet, bis man dann irgendwann hier im Bereich von unter 4 Prozent war. Und ab da wird es dann schwierig, Wortfehlerrate gut zu messen, weil das ungefähr auch gleichzeitig die Fehlerspanne ist, die Menschen machen, wenn sie menschliche Sprache transkribieren. Das heißt, an der Stelle, wenn die Wortfehlerrate sagt, hier ist ein Fehler, dann kann man sich nicht mehr sicher sein, ist das jetzt vom Menschen falsch transkribiert worden, ist die Referenz falsch und der Spracherkenner hat recht oder hat der Spracherkenner doch Unrecht und es ist in der Tat ein Fehler. Dann ist man übergegangen zu mehr freier Sprache, die nicht mehr vorgelesen wird. Da gab es zum Beispiel dieses Air Travel Planning Kiosk, da konnte man so Flugbuchungen machen übers Telefon oder an einem Automaten, wo man reinsprechen konnte. Ich hätte gerne einen Flug von Pittsburgh nach Boston, das Ganze am 23. um drei Uhr Nachmittag, sowas in der Richtung. Und da wieder das gleiche Muster, man fängt irgendwo oben bei hohen Wortfehlerraten an und dann wird lange daran gearbeitet und irgendwann ist man bei akzeptablen Wortfehlerraten. Und so hat man bei gelesener Sprache dann auch irgendwann immer das Vokabular größer und größer gemacht, bis das dann irgendwann langweilig wurde. Dann ist man dazu übergegangen, bei gelesener Sprache mal die Mikrofone zu variieren. Bisher alles mit Nahbesprechungsmikrofonen. Dann nehmen wir nochmal entfernte Mikrofone, wo auch Rauschen oder Hintergrundgeräusche mit dabei sind. Und ruck die zupp ist die Wortfehlerrate wieder um Größenordnung nach oben geschnellt. Dann gelesene Sprache ist natürlich langweilig. Gelesene Sprache ist ja nicht mal diktierte Sprache. Wo gibt es eine Anwendung, wo einer schon geschriebenen Text vorliest und der soll dann erkannt werden. Das ist ja Quatsch, der Text ist ja schon geschrieben. Also ist man dann dazu übergegangen, zum Beispiel Telefongespräche zu transkribieren oder allgemein Unterhaltung. Und das sind so diese roten Linien. Das ist der sogenannte Switchboard-Korpus. Aber Switchboard deshalb, was man gemacht hat, ist, man hat Teilnehmer gefunden bei der Datensammlung. Die durften irgendwo eine Telefonnummer anrufen und wurden dann mit irgendjemand anderes, anderen Teilnehmer verbunden. Und dann wurde noch vorgegeben, unterhaltet euch jetzt mal über das Wetter, über das letzte Fußballspiel und so weiter. Die haben sich dann am Telefon da entsprechend drüber unterhalten und das sollte dann versucht werden zu erkennen. Und da hat man gesehen, ganz am Anfang, obwohl man schon gelesene Sprache sehr, sehr gut eigentlich erkennen konnte, im Prinzip kam Mist raus. Also alles, was ein System, das irgendwie 100% Wortfehlerrate oder sogar mehr als 100% Wortfehlerrate ausgibt, ist immer schlechter als kein System. 100% Wortfehlerrate kriege ich immer. Ich brauche einfach nichts auszugeben. Jetzt kriege ich immer ein Spracherkennungssystem mit 100% Wortfehlerrate. Das heißt, wenn ich da oben eins raushole mit 90, 95% Wortfehlerrate, dann ist das nicht viel besser, als wenn ich nichts tue. Und da hatte man halt gemerkt, oh, conversational speech, so unterhaltende Sprache, ist halt deutlich schwieriger und hat dann lange Zeit daran gearbeitet und ist dann mit den Wortfehlerraten wieder runtergekommen. Aber man stellt schon fest, man kommt jetzt nicht mehr in den Bereich von diesen gelesenen Sprachen. Da hat man auch noch mal variiert. Das eine sind so Landline-Forms, also Festnetztelefone und dann ist man irgendwann mal übergegangen zu Mobiltelefonen und hat dann festgestellt, ja, das wird dann schon ein bisschen schwieriger, hängt mit den Codierungen zusammen und noch weiteren Störgeräuschen, die man auf der Leitung hat. Parallel zu solchen Telefongesprächen und Unterhaltungen hat man sich auch mal Fernsehsendungen angeschaut. Das hat den Vorteil, die haben zwar ein großes Vokabular, aber sind sehr sauber aufgenommen in hoher Qualität und haben häufig, wenn man so die Nachrichtensprecher sich anschaut, sehr gut trainierte Sprecher, die sehr deutlich sprechen. Und dann hat er angefangen, das zu verschriften und man sieht, dass man da halt deutlich besser geworden ist und deutlich weiter mitgekommen ist, als das bei diesen Telefonunterhaltungen gekommen sind. So, dass man da auch irgendwann mal in den Bereich reingekommen ist, wo man unter 10% Wortfehlerrate kommt und dann ist man meistens schon recht zufrieden mit einem Spracherkennungssystem. Dann fängt es wirklich an, da wirklich sehr brauchbar zu werden. Das Ganze hat man dann variiert, das sind dann diese Vierecke mit den Kreuzen drin, indem man sich die Laufzeit angeschaut hat. Weil was die Teilnehmer bei den Evaluationen halt immer gemacht haben, sie haben halt drauf gefiffen, wie lange das System gebraucht hat, um das Audio zu dekodieren. So, diese besten Systeme, die dann teilgenommen haben, zum Beispiel bei diesem Switchboard-Task etc. Wenn die eine Stunde Audio reinbekommen haben, um das zu transkribieren, dann konnten die 80 Stunden, 180 Stunden, 300 Stunden problemlos daran rechnen, um halt das möglichst beste Ergebnis irgendwie noch rauszuquetschen. Also ist man da hingegangen und hat gesagt, okay, ich begrenze die Laufzeit, damit das nicht einfach nur noch in brutales Rechnen ausartet und hat gesagt, ich will einmal einfache Echtzeit haben und will einmal zehnfache Echtzeit haben. Und diese einfache Echtzeit sind diese Sternchen und die zehnfache Echtzeit sind diese Kästchen. Und dann sieht man, wenn man von unendlicher Rechenzeit hin zu zehnfacher Echtenzeit kommt, dann verliert man schon ein bisschen was. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das eine logarithmische Skala ist, das merkt man schon deutlich. Und wenn man dann zur einfache Echtzeit übergeht, dann sieht man, ist hier der Abstand doch schon deutlich bemerkbar. bis hierhin war alles immer Englisch, war halt amerikanisches Militär hat das finanziert, die amerikanische Normierungsbehörde hat evaluiert, wurde alles auf Englisch gemacht. Und dann hat man sich irgendwann mal die Frage gestellt, ja und was ist, wenn ich jetzt andere Sprachen mir anschaue? Dann ist man da oben zu diesen nicht englischen Conversational Speech Sachen gekommen und hat festgestellt, ups, die Performance wird gleich auf einmal wieder auf einen Schlag deutlich schlechter. Hat im Großen und Ganzen zwei Gründe. Erstens, unterschiedliche Sprachen sind unterschiedlich leicht oder schwer zu erkennen und unglücklicherweise ist es so, dass Englisch eine der einfacheren Sprachen ist. Also Englisch zu erkennen ist verhältnismäßig einfach im Vergleich zu anderen Sprachen. Das heißt, man hat jetzt sehr lange Zeit auf einer Sprache gearbeitet und optimiert, die inhärent schon mal relativ einfach ist. Das heißt, man war eigentlich übermäßig optimistisch, was so die Leistung der Spracherkennungssysteme angeht. Und zum anderen, wenn ich halt über Jahrzehnte lang immer nur auf Englisch habe. Das ist so mehr oder minder unbegrenzt. Das kann mehrere Gründe haben. Die Punkte, die hier abgetragen werden, ist immer das beste System von einer ganzen Herrscher von Teilnehmern. Und das Problem ist, nicht unbedingt alle Teilnehmer haben immer in allen Tracks teilgenommen. Das kann also sein, dass zum Beispiel dieser runde Blob von jemandem produziert wurde, der halt hier das beste Ergebnis gemacht hatte, aber das Sternchen wurde von jemandem anderem produziert, der halt ein super einfaches Echtzeit- oder zehnfaches Echtzeit-Spracherkennungssystem hat. Aber der hat gesagt, weil das schon so toll und super ist, dann nimmt er jetzt hier in der unendlichen Rechenzeit gar nicht mehr erstmal teil. Das heißt, wenn der hier da teilgenommen hätte, hätte theoretisch der auch nochmal einen Blob produzieren können, der hier unten weiter gewesen wäre. Und das andere, was man sieht, sowas dürfte ja eigentlich auch nicht vorkommen. Dass also über die Zeiten hinweg die Wortfehlerraten wieder schlimmer werden. Da hätte man ja eigentlich das System von letztem Jahr sozusagen nehmen können, um besser zu werden. Was daran solche Grund ist, die Wortfehlerrate wird durch mehrere Effekte bestimmt. Das eine, wie gut ist mein System? Und das andere ist, welches ist denn im Augenblick der Test-Set? Ist der Test-Set jetzt besonders schwierig oder besonders leicht? In der Theorie optimalerweise sollte es so sein, dass so ein Test-Set, auf dem die Wortfehlerrate gemessen ist, 100% repräsentativ für den Task ist. Das ist der absolute Durchschnitt von dem Task und die Wortfehlerrate, die ich dann messe, ist die Wortfehlerrate, die ich im langjährigen Durchschnitt auf so einem Task erreichen würde. In der Praxis ist so ein Ding natürlich hochgradig individuell. Das heißt, es sind meistens so zwei Stunden und wenn ich halt aus Versehen zwei Stunden mal schwierige Daten gewischt habe, dann wird halt die Wortfehlerrate automatisch ansteigen gegenüber zwei Stunden vielleicht jetzt gerade eher einfache Sprache erwischt. Das heißt, wenn man solche Sachen vergleicht, muss man das immer mit so ein bisschen Vorsicht genießen, da man halt noch den Einfluss des Test-Sets hat. Richtig genau. Also man hätte festgestellt, andere Sprachen sind schon mal deutlich schwieriger. Zum einen, weil halt Sprachen inhärent manchmal schwieriger sind. Zum anderen hat man jetzt jahrzehntelein auf Englisch optimiert und hat dann super englische Aussprachewörter, Bücher und die ganzen Parameter auf Englisch optimiert und die funktionieren dann nicht unbedingt immer am besten für fremde Sprachen. Plus, diese Systeme werden ja auch auf Trainingsdaten trainiert. Das heißt, da gibt es dann englische Trainingsdaten, die von Hand transkribiert wurden, auf denen werden trainiert, da werden die Parameter der Spracherkennungssysteme angepasst und dann werden im Laufe der Jahrzehnte da hunderte von Stunden englischer Sprache gesammelt. Die habe ich natürlich nicht in anderen Sprachen. Wenn da nicht auch jahrzehntelang Sprache gesammelt wurde, habe ich plötzlich viel weniger Trainingsdaten und das macht es dann für die fremden Sprachen, die jetzt nicht englisch sind, auch nochmal deutlich schwieriger. Und dann ist man irgendwann dazu übergegangen, von diesen Broadcast-News hinweg zu gehen, zu noch schwieriger Sprache und das sind dann die sogenannten Meetings. Man ist dann hin und her gegangen und hat dann so Besprechungen, fünf Leute sitzen und am Tisch herum aufgenommen und angefangen, die zu transkribieren und das Ganze dann mit unterschiedlichen Mikrofonen. Da gibt es einmal die runden lila Punkte mit Individual Head-Mounted Mikrophones, sprich das sind so Bügelmikrofone, die am Kopf getragen wurden. Dann sogenannte Multiple Distant Mikrophones. Man hat also mehrere Mikrofone, die entfernt sind, die liegen entweder auf dem Tisch rum, die hängen irgendwo an der Wand und hat damit aufgenommen und dann hatte man dagegen noch verglichen die Single Distant Mikrofonen. Das heißt, man hat nur ein Mikrofon, ein entferntes Mikrofon irgendwo weit weg, das die Sprache aufgenommen hat. Und dann sieht man hier drei Dinge. Das erste, Meetings, selbst wenn ich ein Nahbesprechungsmikrofon habe, ist nochmal deutlich schwieriger als zum Beispiel Broadcast News oder auch noch ein bisschen schwieriger als zum Beispiel so Telefonunterhaltung. dann, wenn ich das Mikrofon wegnehme, bin ich da oben bei den lila Quadraten. Dann wird es katastrophal schlimmer. Also das ist ein logarithmischer Abfall, das ist dann sowas hier wie 20 Prozent auf 40, 60 Prozent, die ich schlechter werde in der Wortfehlerrate. Ich verdreifache effektiv meine Wortfehlerrate dadurch, dass ich das Mikrofon vom Sprecher wegnehme und irgendwo hinten an die Wand dran tue. Und dann war halt die Idee, okay, da kann man ja mit Signalverarbeitung was machen, dann nehmen wir nicht ein entferntes Mikrofon, sondern 64 entfernte Mikrofone. Wird hinten an die Wands und Array von 64 entfernten Mikrofonen genagelt und dann wird halt mit Signalverarbeitung ein Beam geformt, der halt in die Richtung des Sprechers hört und so weiter und so fort. Oder man hat halt Mikrofone, die liegen dann so verstreut auf dem Tisch und die kann man dann geschickt miteinander kombinieren, um halt die Sprache besser hören zu können, besser darstellen zu können, hoffentlich besser erkennen zu können. Da hat man ganz komplizierte, die ungemein schwierige Signalverarbeitungsverfahren gemacht, also riesen Aufwand getrieben und man ist von da nach da gekommen. Das heißt, ganz großer Aufwand und am Ende bringt es gerade mal vernachlässigbar weniger. Wenn man stattdessen halt dem Sprecher einfach das Mikrofon antackert, dann hat man einen unendlich viel größeren Gewinn. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen frustrierend. Und diese Linien werden jetzt halt in den letzten Jahren weiter fortgeführt, allerdings nicht so sehr mehr auf Spracherkennung und Wortfehlerraten, sondern mehr getrieben durch Anwendungen und durch neue Techniken ist man halt dann, kommt man aber trotzdem immer dazu, dass die Wortfehlerraten weiterhin auf den einzelnen Tasks immer noch über die Zeit hinweg fallen. So ein Muster, das man da immer sieht, ist, man fängt einen neuen Task an, die Wortfehlerraten sind fürchterlich. Dann sind da zehn Forschungslabore auf der gesamten Welt, die arbeiten wie die Weltmeister dran und rödeln da dran rum und nudeln ihre Rechner durch und die Wortfehlerraten fallen, bis man irgendwann in einen interessanten Bereich kommt und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und hier hat man zum ersten Mal einen Task erwischt, wo man auch nach langer Zeit dran arbeiten, immer noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis war. Und das ist nach wie vor ein aktiver Task, wo man immer noch sich überlegt, wie kann ich die Sachen besser machen, damit ich zu Spracherkennungssystemen komme, die ich dann hinterher auch in wirklichen echten Anwendungen anwenden kann. Gut, soviel zum Thema Wortfehlerrat. Wir stehen jetzt immer noch vor der Herausforderung, wir haben die Schallwelle aufgenommen mit dem Mikrofon und wollen darauf jetzt Erkennung betreiben. Und das geht halt auf dem eigentlichen Sprachsignal sehr schlecht. Wenn man sich so diese Wellenform anschaut, die da aufgenommen wird vom Mikrofon, da erkennt man nicht so richtig wirklich was Schönes dran als Mensch. Das ist schwierig zu lesen. Also es gibt keinen, der so richtig so Wellenformen lesen kann und durch drauf gucken sagen kann, ja, das ist das, was gesagt wurde. Und das ist schon ein guter Hinweis dafür, dass das für die Maschine auch sehr schwierig sein dürfte. Deswegen ist eines der ersten Dinge, um die wir uns jetzt kümmern müssen, wenn wir Spracherkennung betreiben wollen, wie kann ich das Signal geeignet vorverarbeiten. Und da gibt es halt so ein paar Werkzeuge aus dem Bereich der digitalen Signalverarbeitung, die für uns da gut geeignet sind und die wir dann so geeignet zusammenstellen können, dass wir zu einer Signalvorverarbeitung kommen, zu einer Transformation des Signals, die dann hinterher besonders geeignet ist für die Spracherkennung. Und dazu werden wir uns halt beschäftigen mit Systemen. Wir werden uns nochmal die Dirac-Stöße anschauen, damit dann wieder nochmal die Faltung, für die Faltung dann die Impulsantwort, damit wir halt Systeme beschreiben können. Wir werden uns anschauen, wie kann ich so ein Signal digitalisieren, basierend auf diesen Werkzeugen, die ich da habe, zum Beispiel mit Hilfe von Impulszügen. Und wenn ich sie digitalisiert habe, mache ich darauf in der Regel eine Frequenzanalyse. Wir hatten jetzt schon mehrmals gehört, den Begriff der Frequenz und der Radiorex zum Beispiel, der hat geschaut, okay, welche Frequenz ist denn jetzt aktiv und basierend darauf hat er entschieden, ob Rex gesagt wurde oder nicht und dann sprang der Hund raus. Dann scheint es wohl so zu sein, dass das Wissen darüber, welche Frequenzen in dem Signal sind, aus welchen Frequenzen das Signal zusammengesetzt ist, gut geeignet ist für die automatische Spracherkennung. Und werden dann entsprechend uns halt diese Frequenzanalyse mit Hilfe von Foyertransformationen, diskreten Foyertransformationen entsprechend anschauen. Und das sind so die Grundlagen, die man braucht, um daraus dann hinterher eine Pipeline zusammenzustellen, die vom elektrischen Signal hin bis hin zu den Merkmalen geht, mit deren Hilfe wir dann Spracherkennung machen. Die Frage ist, wozu Signalvorverarbeitung? Die Frage hatten wir mal in einer Klausur kognitive Systeme gestellt und die Antworten, die wir dann teilweise bekommen haben, waren ja das Ziel der Signalvorverarbeitung ist, die Foyertransformierte zu berechnen. Nee, das kann nicht das Ziel sein. Wir machen ja nicht die Foyertransformation der Foyertransformationen willen. Wir haben da eine bestimmte Absicht dahinter. Da steckt ja ein bestimmtes Ziel dahinter, was wir machen wollen. Und was wir machen wollen, ist im Prinzip Informationen, die wichtig sind für die Klassifikationen, die müssen betont werden und Informationen, die unwichtig sind für die Klassifikationen, die sollen rausgefiltert werden, die sollen rausgeworfen werden. Und wenn ich noch redundante Informationen habe, will ich die entsprechend auch rauswerfen. Das Rauswerfen der redundanten Informationen dient einfach dazu, dass ich die Datenrate reduzieren möchte. Wenn ich eine hohe Datenrate habe, die reinkommt in die Klassifikation, dann kann ich mir vorstellen, dass ich bei der Spracherkennung dann auch sehr viel Rechenzeit brauche, um dieses hohe Datenvolumen, das da reinkommt, verarbeiten zu können. Wenn ich da Redundantes drin habe und ich die Redundanz rauswerfe, dann kann ich dieses hohe Datenvolumen natürlich auch mit weniger Rechenaufwand bearbeiten. Sprich, mein Spracherkenner wird schneller, ich kann das Ergebnis schneller produzieren. Genau das Gleiche für unwichtige Informationen. Wenn sie unwichtig sind, im besten Fall tun sie nicht weh, im schlimmsten Fall verwirren sie und sorgen halt dafür, dass ich hohe Rechenzeit brauche. Und wenn ich die relevanten Informationen einfach nur noch extrahiere, dann kann ich hoffentlich anhand der relevanten Informationen eine gute Klassifikation vornehmen. Was sind jetzt relevante Informationen? Naja, das kann man sich am besten dadurch erklären, was sind, indem man sich anschaut, was sind unwichtige Informationen. Zum Beispiel wollen wir, dass das Spracherkennungssystem Sprecher unabhängig ist. Das heißt, alle Anteile im Signal, die irgendwie mit der Sprecheridentität zu tun haben, die auf die Sprecherabhängigkeit des Signals hinweisen, die sollten wahrscheinlich rausfliegen. Was wäre so absolut typisches, einfaches, einfache Anteil des Signals, ein einfaches Merkmal des Signals, der sehr, sehr, sehr sprecherabhängig ist, wenn ich mir die Schallwelle anschaue oder anhöre. Was ist so eine Eigenschaft, die offensichtlich sehr, sehr, sehr sprecherabhängig ist und mich deshalb gar nicht mehr interessieren sollte? Genau. Und wie hatten wir das genannt korrekt beim Menschen? Das ist nicht die Tonhöhe, sondern welche Höhe welches Tons? des Grundtons, der Grundfrequenz. Das heißt also, die Grundfrequenz, das heißt die Frequenz, mit der die Stimmleppen schwingen, ist eigentlich uninteressant. Was ist das einzige Interessante über die Stimmleppen? Mit welcher Frequenz die Stimmen schwingen oder, was muss ich über die wissen? Wenn ich mir Phoneme anschaue? Ja, eigentlich eher die binäre Information, schwingen sie oder schwingen sie nicht? Es gibt halt die Möglichkeit, dass sie schwingen oder sie schwingen nicht. Das führt zu unterschiedlichen Phonemen. Aber wenn sie dann mal schwingen, mit welcher Frequenz sie schwingen, das interessiert mich nicht mehr. Das heißt, diese Information, die im Signal vorhanden ist, die genaue Frequenz, mit der die Stimmbänder schwingen, diese Informationen will ich rauswerfen. Ich will nur noch wissen, schwingen, ja oder nein. Dann eine andere Information, die im Signal zum Beispiel drin ist, die mich aber für die Erkennung überhaupt nicht interessiert. Das stimmt. aber will ich auch gar nicht. Also das ist halt ein Spracherkennungssystem, erkennt jetzt nicht, war das eine Frage. Das ist schon eine grammatikalische, syntaktische Information. Das Spracherkennungssystem interessiert nur, welche Wortfolge wurde gesprochen. Wie ich, welches Zeichen ich da jetzt reinsetzen muss, welche Zeichensetzung interessiert mich an der Stelle erstmal nicht. Was mich aber jetzt bei der Tonhöhe interessiert, das hängt jetzt von der Sprache ab. Wenn ich jetzt Chinesisch erkennen will, dann interessiert mich die absolute Tonhöhe nicht. Mich interessiert aber der Verlauf der Tonhöhe. Dann will ich wissen, war es einer dieser fünf Töne. An der Stelle reicht dann sozusagen diese binäre Information, schwingen die Stimmbänder ja oder nein, nicht. Aber das ist jetzt mal ein Sonderfall, den lassen wir erstmal zur Seite. Für die meisten Sprachen interessiert uns im Prinzip nur schwingen, ja oder nein. Was es zum Beispiel auch gibt, was man schön aus dem Signal ablesen kann, was mich für die Spracherkennung aber zum Beispiel überhaupt nicht interessiert, ist die Sprechgeschwindigkeit. Ob jetzt eine Wortfolge langsam oder schnell gesprochen wird, ist eine Information, die interessiert mich nicht. Mich interessiert nur die Information, die mir sagt, war es die Wortfolge oder die Wortfolge. Ob die jetzt schnell oder langsam gesprochen wurde, soll keinen Unterschied mehr machen in den Merkmalen, die rauskommt. Das heißt, ich werde auch irgendwie eine Vorverarbeitung brauchen, die vielleicht mit unterschiedlich schneller Gesprächsgeschwindigkeit zurechtströmt. Ob ich laut oder leise spreche, ist auch so eine typische Information, die mich eigentlich nicht interessiert. Ob ich jetzt sehr laute eine Wortfolge spreche oder sehr leise eine Wortfolge spreche, der Spracherkenner soll nach wie vor dieselbe Wortfolge ausgeben. Sprich, idealerweise würden da auch immer dieselben Merkmale vorne aus der Spracherkennung, aus der Vorverarbeitung rauspurzeln, damit dann der Spracherkenner sagen kann, es war die oder die Wortfolge. Genauso alle Informationen über den Raum, wie zum Beispiel der Hall interessiert mich nicht, sollte, dürfte mich nicht interessieren. Ob ich eine Wortfolge im Badezimmer spreche, im Hörsaal spreche, draußen im Freien spreche, idealerweise sollten immer die gleichen Merkmale rauskommen. Welche Art von Mikrofon ich verwende, sollte idealerweise auch keinen Unterschied machen. Ob ich jetzt Nahbesprechungsmikrofon, entferntes Mikrofon, dynamisches Kondensatormikrofon verwende, im Idealfall würde hinten immer wieder die gleiche Merkmalsfolge rauskommen. Unglücklicherweise kennen wir nicht die ideale Vorverarbeitung. Wir kennen eine Vorverarbeitung oder verschiedene Arten von Vorverarbeitung, die manche dieser Eigenschaften erfüllen, manche dieser Informationen rausfiltern. Zum Beispiel kann man die Lautstärke sehr gut rausnehmen. Es gibt Vorverarbeitungen, die sind inhärent, Lautstärken normiert. Die Grundfrequenz rauszunehmen, die genaue Position der Grundfrequenz, ist schon etwas, das ist deutlich, deutlich schwieriger. Das gelingt uns so ungefähr. Kann man ungefähr rausbringen, aber so richtig wunderschön kann man das zum Beispiel noch nicht machen. Und was unterschiedliche Mikrofone angeht, da haben wir noch nichts gefunden, was da wirklich hilft. Wenn wir unterschiedliche Mikrofone verwenden, kommen unterschiedliche Vorverarbeitungsergebnisse raus. Da sind wir leider noch sehr, tappen wir noch im Dunkeln und das gleiche gilt auch zum Beispiel bei Räumen. Wir haben auch keine Vorverarbeitung, die jetzt uns jeden Raum, den es auf der Welt gibt, auf einen einzigen Standardraum zum Beispiel abbildet. Um jetzt ein bisschen mit der Vorverarbeitung umgehen zu können, werden wir uns dann ab nächster Woche den Begriff des Systems ein bisschen anschauen. Hier an dieser Stelle nur schon mal eine Vorwarnung. Wenn man über Vorverarbeitung spricht und man sich so die einzelnen Techniken der Vorverarbeitung anschaut, dann sieht man häufig in den Lehrbüchern und auch hier bei uns in der Vorlesung einen Mischmasch aus kontinuierlichen Methoden und diskreten Methoden. In der Mathematik ist es häufig sehr schön darstellbar, was mit dem Signal passiert, wenn man so tut, als hätte man ein kontinuierliches analoges Signal und dann kann man darauf bestimmte Transformationen, Anwendungen, Faltungen, Integrale etc. etc. In der Wirklichkeit arbeiten wir natürlich mit einem diskreten Rechner. Sprich, das Signal, das wir da verarbeiten, ist kein kontinuierliches Signal. In der Regel arbeiten wir nicht mit symbolisch, wir kennen also keine symbolische kontinuierliche Repräsentation des Signals im Rechner und wir arbeiten dann auch nicht mit symbolischen Verfahren darauf, sondern was wir in Wirklichkeit haben, ist ein diskretes Signal, das heißt irgendwie eine Zahlenfolge, eine Folge diskreter Zahlen und mit dieser diskreten Zahlenfolge müssen wir dann arbeiten. Das heißt, wir arbeiten dann zum Beispiel nicht mit echten Integralen, auch wenn man dann mal in der Formel irgendwas mit Integralen zeigt, sondern das werden immer irgendwelche endlichen Summen sein. Noch schlimmer, selbst wenn wir mit diskreten Zahlenfolgen arbeiten, wir arbeiten im Rechner nicht mit diskreten Zahlenfolgen, sondern die Zahlenfolgen, mit denen wir da arbeiten, die sind auch noch quantisiert. Ich kann nicht unendlich viele beliebige Zahlen im Rechner darstellen, sondern das sind irgendwelche Quantisierungsstufen, mit denen ich da im Rechner rechne und die vernachlässigt man bei hier bei der Mathematik, die wir betreiben, komplett voll letztendlich, also wird gar nicht mehr betrachtet. In der Wirklichkeit spielt das natürlich auch noch mit rein und macht unsere Vorverarbeitung ungenauer. Das, was wir da im Rechner errechnen, entspricht nicht der Wirklichkeit, wir machen da Fehler. Und das sind so Fehler, die ignorieren wir, obwohl sie uns in Wirklichkeit trotzdem hin und wieder in die Suppe spucken und bei der Vorverarbeitung einiges kaputt machen und manchmal zu unschönen Nebeneffekten führen. Aber das schauen wir uns dann ab Mittwoch an, wenn wir uns dann um Systeme und diskrete Systeme, zeitinvariante Systeme, lineare Systeme kümmern, wie kann ich ein System beschreiben, mit Hilfe der Impulsantwort etc. etc. Gut, da machen wir nächste Woche dann weiter.